Und mit Rudolf Dressler, dem ehemaligen deutschen Botschafter in Israel, möchte ich über diese Situation sprechen. Herr Dressler, wie gefährlich ist denn die aktuelle Lage in Israel und den umgebenden Ländern? Es ist das übliche Beispiel, dass sich Gewalt, Anwendung von einem zum anderen und von dem anderen zum einen, immer weiter hochschaukelt und es zum Schluss außer dem heißen Konflikt keinen Ausweg mehr gibt. In dem Moment, in dem die Vereinigten Staaten als Moderator in dieser Nahost-Situation durch ihre Entscheidung für ihre Botschaft in Jerusalem ausgefallen sind, hat das die Lage nicht verbessert, sondern verschlechtert. Und heute kann keiner wirklich mit Bestimmtheit sagen oder in der sicheren Empfindung, so wird es sich entwickeln, was in den kommenden Tagen ist. Ein Flugzeugunlück oder ein Abschuss, wie jetzt in den letzten Stunden, kann plötzlich einen noch nicht heißen Konflikt in eine kriegerische Auseinandersetzung bringen. Was kann denn überhaupt getan werden, um eben nicht in diese kriegerische Auseinandersetzung zu geraten? Also nach dem, was ich erfahren musste, haben die Vereinigten Staaten immer eine zentrale Rolle gespielt, auf beiden Seiten übrigens. Und nachdem Trump sich entschieden hat, als Vermittler auszufallen, durch seine einseitige Stellungnahme in Richtung Hauptstadt, müsste er diese Entscheidung mindestens einfrieren, wenn nicht korrigieren, damit die andere Seite ihn wieder als Vermittler, als Gesprächspartner akzeptiert. Welche Rolle fällt denn jetzt Moskau zu? Die zentrale Rolle. Ich glaube, wenn man die Äußerungen von Putin in den letzten Stunden sich genau anschaut, dann sieht man, dass er faktisch schon empfindet, dass er in diese Rolle hineinwachsen muss. Denn wenn er auch noch ausfiele, dann weiß keiner, wie sich das nicht letztlich zu einem Großkonflikt entwickeln könnte. Wer akzeptiert denn Moskau, Russland und Putin als Moderator, als Vermittler? Israel. In dem Moment, wo Putin eine neutrale Rolle spielt. Tut er aber doch nicht. Noch nicht. Aber wenn Trump so weitermacht, wird er in diese Rolle hineinwachsen. Und wenn die noch angereichert würde um die chinesische Stimme, dann wird es besonders, ich sage mal, spektakulär für die Vereinigten Staaten. Ob die Europäische Union, ob die eine Rolle übernehmen kann an der Seite von Putin, das wird der zukünftig spannende Entscheidungskonflikt. Aber Sie sagen, an der Seite von Putin, an der eigenständigen Rolle kann der EU nicht zufallen. Das glaube ich kaum, dass die EU dazu akzeptabel würde. Weder bei den Vereinigten Staaten noch bei Russland. Und das heißt, die Europäische Union wird immer eine auch mitverhandelnde, mitfriedensstiftende Rolle spielen können. Aber nie eine alleinige. Wie verhält sich denn Deutschland? Der Bundesregierung-Sprecher hat sich an die Seite von Israel gestellt heute und hat dann auch gesagt, dass Iran zur Eskalation mit beigetragen hat und eine aggressive Politik gegenüber Israel verfolgt. Sind das die richtigen scharfen Worte gegenüber Teheran? Das Problem ist ja, dass die Gefahr aus dem Iran in Richtung Israel mit unseren Augen in Deutschland, ich sage mal, nur schwer erkennbar ist. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die Entfernung von Israel in den Iran näher ist als von Kiel nach München. Und wenn man sich dieses vergegenwärtigt, dann sind Drohungen aus dem Iran in Richtung Israel logischerweise sofort existenzielle Drohungen in Richtung Israel von der Empfindung her. Und darum ist das, was dem Iran dann entgegengesetzt werden muss, auch aus der Europäischen Union, auch aus Deutschland, konsequent. Also diese Worte waren mindestens... Finde ich schon, weil Iran sich jetzt nun wirklich zurückhalten sollte. Wenn Iran aber die Lunte noch am Brennen hält oder am Glühen hält, dann macht es die Sache nicht ungefährlich, sondern noch gefährlicher. Nun ist Iran ja sowieso in einer sehr diffizilen Angelegenheit im Innen instabil. Zum anderen der Atomdeal, der auch auf der Kante steht. Also insofern wird die Situation dadurch nicht erleichtert. Es ist ein wirklicher Tanz auf der Rasierklinge. Und jede Entscheidung kann morgen wiederum die falsche oder als falsch gewertet werden. Aber in dieser schwierigen diplomatischen Lage, da hat sich versucht, Deutschland immer in Richtung der Europäischen Union einerseits zu bewegen, den Sicherheitsstatus Israel, die Existenzberechtigung zu untermauern und gleichzeitig denen, die potenziell Angreifer sind, zu sagen, Vorsicht, die Israelis können dann mit unserer Hilfe, der Europäischen Hilfe, rechnen. Rudolf Lesterer, wir lassen das so stehen. Vielen Dank für Ihre Analyse.